Sie sind groß, schlank, wunderschön und scheiden unfehlbar. Doch von wegen. Auch Models haben mit ihren kleinen Beauty-Problemchen zu kämpfen. GNTM-Gewinnerin Lovelin postete gerade dieses Urlaubsbild auf Instagram. Und wir können aufatmen. Auch sie hat kleinen Dellen an den Oberschenkeln. Anna-Maria Damm, die in der 8. Topmodel Staffel 5. wurde, litt früher unter schlimmer Akne und geht damit ganz offen um. In ihrem YouTube-Kanal zeigt sie Bilder von damals. Und damit steht sie nicht alleine da. Auch andere Schönheiten kämpfen mit Pickeln, Cellulite und kleinen Röllchen und sind trotzdem mega erfolgreich. Irgendwie beruhigend, oder? Und zur Not gibt es ja auch noch hilfreiche Apps, wie zum Beispiel den Pickelentferner. Foto reinladen, Unreinheiten markieren und schwupps sind sie weg. Wenn doch alles im Leben so einfach wäre. Und jetzt steht die Ausflussung, du kommst dir die Abonnanzung, du kommst dir die wal Creek